Herzlich Willkommen bei GrimmaTV. Heute habe ich einen Gast hier von der Firma Präzise Jagen, den Pascal Laser. Hallo. Das musste ich erst mal lernen. Das klang beim ersten Take etwas anders. Wir sind ja transparent hier. Der Pascal hat ein paar richtig schöne Sachen für uns mitgebracht hier, die wir euch gerne zeigen würden. Es geht um Adapter. Das Geheimnis des präzisen Schusses während der Nacht mit Vorsatzgeräten. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Bleibt dran und schaut es euch an. Hier bei Lagerfeuerschnack bekommt ihr Produkttests rund ums Thema Jagd. Unterstützt werden wir von Hornady, Top Munition für Sport und Jagd, Waffenhandel Arnath, alles rund ums Thema Jagen, Rode Precision, Experten bei Schalldämpfern und Kastenbüchsen und Active Hunting, Experts in Night Vision. Bevor wir jetzt hier einsteigen, nochmal wie immer, ich freue mich sehr, wenn ihr diesem Kanal einen Daumen hoch gebt oder ihn abonniert. Das hilft mir dann auch, so nette Menschen wie den Pascal davon zu überzeugen, mir Sachen zum Testen zur Verfügung zu stellen und die können wir euch dann vorstellen. Also gerne Daumen hoch, gerne ein Like, gerne ein Abo, gerne kommentieren. Wir freuen uns immer auch über Anregungen und von daher wollte ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Pascal, erzähl mal, was hast du uns denn mitgebracht? Ja, vielleicht kurz nochmal ausgeholt. Unsere Adapter nutzt sie ja schon länger, hast du ja gesagt. Also wir haben die Standard Adapter mit einer Klemmhülse, die auf das Zielfernrohr kommt und einem Duo-Verbinder. Der wird ganz klassisch mit dem Gewinder auf das Gerät aufgesetzt und via Gewindeklemmung wird das Ganze dann geklemmt. Das sollte man eigentlich mittlerweile einigermaßen kennen. Wir sind damit ganz gut bekannt geworden. Teil hier vorführen, ja. Also man führt das ein, Viertelumdrehung, bombenfest. Ja, so optimal. Muss man natürlich immer gut aussehen. Aber ihr seht schon, nur mit so einer kleinen Umdrehung hat der schon ordentlich Zug. Schießt sich also nicht lose, könnt ihr nicht verlieren. Schießt sich nicht lose, genau. Und vor allen Dingen ist es Wiederkehr, genau. Ihr wisst ja, ich teste relativ viel und ich bin zu diesen Adaptern gekommen, weil ich einfach weiß, wenn ich die einmal richtig montiert habe, wenn dann irgendwas schief geht, liegt es auf keinen Fall am Adapter, sondern es liegt dann leider am Gerät. Also ich vertraue den Legern blind, finde ich. Kann in irgendwelchen Parametern liegen, aber dann nicht nur an unserem Adapter. Das ist das Ziel, da die Fehlerquelle auszuschalten. Genau. Was wir in dem Moment haben, ist halt eine starre Verbindung. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben ein Gewinde, in das das Vorsatzgerät eingeschraubt wird und geklemmt wird. Somit ist letzten Endes aber meine Bildschirmausrichtung vorgegeben. Ich kann da nichts mehr manipulieren. Das ist dann, wie es ist. In der Regel kein riesengroßes Problem. Führt immer dann aber zu Irritation, sage ich jetzt mal, wenn am Zielfernrohr relativ viel verstellt werden musste beim Einschießen oder ich habe eine Vorneigung oder die Montage saß nicht wirklich genau gerade drauf und ich musste relativ viel verstellen. Dann kann es so sein, dass du deinen Bildschirm extrem, extrem außermittig siehst. Links, rechts, oben, unten oder wie auch immer. Ja, ist mir aufgefallen. Also ich hatte auch mal so ein Zielfernrohr. Da musste ich sehr verstellen. Ja. Stört dann so ein bisschen die Ästhetik, wenn das Bild halt nicht mittig ist. Aber wenn man es halt richtig eingestellt hat und eingeschossen hat, war es immer super zuverlässig. Und an der Stelle nochmal von meiner Seite. Ja, es wird oft damit geworben von einigen Herstellern, man müsste die Vorsatzgeräte nicht einschießen. Das kann ich aus vielen, vielen Tests nicht bestätigen, weil es einfach zu viel Variablen gibt, die von Glas- und Büchsenkombination zu Glas- und Büchsenkombination anders sind. Also bitte, bitte mindestens Kontrollschießen und sehr wahrscheinlich müsst ihr einschießen. Aber das, was du uns jetzt gleich erzählst, minimiert die Wahrscheinlichkeit, Korrekturen machen zu müssen. Das ist dann nochmal ein positiver Nebeneffekt letzten Endes. Also ich habe nicht nur die Situation, dass ich manipulieren kann und kann meinen Bildschirm zentrieren, sondern im Zuge dessen minimiere ich natürlich auch die Korrektur im Vorsatzgerät, die dann erfolgen muss. Das ist so ein positiver Nebeneffekt, so würde ich es mal nennen. Aber wie haben wir das Ganze erreicht? Ja, wenn ich jetzt eine starre Verbindung habe, nur mit einem Gewinde, dann kann ich natürlich nichts ändern. Wir haben einen anderen oder einen neuen Blue-Verbinder designt und aber auch eine Picatinny-Montage zu, der kommen wir später dann noch. Wenn wir jetzt einfach mal unseren klassischen Duo-Verbinder nehmen, dann haben wir in den Duo-Verbinder eine Kugel, ein Kugelgewinde eingesetzt. Dieses Kugelgewinde, ich montiere es einfach mal anhand von einem Vorsatzgerät, dann sehen wir es direkt. Dieses Kugelgewinde wird auf das Vorsatzgerät aufgeschraubt, bis sämtliche Gewindegänge voll abgedeckt sind. Die Kugel ist geschlitzt, damit sie sich bewegen kann auf dem Gewinde später. Ich Druck aufbauen kann. So, jetzt habe ich es einmal komplett aufgeschraubt. Ich werde es jetzt mal auf die Montage setzen. Muss aber nicht bis zum Anschlag, sondern nur alle Gewindegänge abdecken. Genau, nur alle Gewindegänge abdecken. Aber auf keinen Fall bis zum Anschlag, dann hätten wir später kein Spiel mehr, um das Gerät zu bewegen. Jetzt lege ich diese Kugel quasi in die Halbschale von meiner Montage in dem Fall. Aber beim Duo-Verbinder wäre es genau das gleiche. Ich lege das Ganze in die Halbschale. Da blenden wir mal ein Foto gleich von einem im Detail. Aber erzähle erstmal weiter, dass wir den Fluss haben hier. Dann habe ich hier ein Klemmstück, eine Klemmbrücke, die ich aufsetze mit vier kleinen Schräubchen. Die schließe ich erstmal, handwarm fest. Dabei schaue ich, dass ich links und rechts ein gleiches Spaltmaß habe. Das ist relativ wichtig, dass ich später auch eine ordentliche Druckverteilung habe. Also einmal muss man sich Mühe geben bei Montieren. Das bleibt nicht aus. Das Ganze schließe ich, wir sagen immer handwarm, bis ich ein bisschen Zug habe. Ich nehme jetzt nochmal einen Schraubendreher zur Hilfe und setze das Ganze nochmal auf. Ein bisschen mehr Zug. Jetzt merke ich schon, ich kriege so einen leichten Widerstand bei den Schrauben. Und in dem Moment kann ich jetzt auf dieser Montage, ich weiß nicht wie genau man das sehen kann, ich halte das mal hier rein, ich kann mein Vorsatzgerät dreidimensional ausrichten, in jede Richtung drehen und somit eine perfekte Bildschirmausrichtung erreichen. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, also für mich ist das auch neu. Ich habe vorher noch nicht damit rumgespielt. Ich war unterwegs und hatte das Muster zu Hause liegen, aber dann war er schneller da, als ich testen konnte. Auf jeden Fall, das sieht für mich so aus, als ob da ein gewisser Druck ist. Weil wir kennen das Screen Positioning ja durchaus auch von eigenen Versuchen von Pulsar. Aber um die richtig einzustellen, brauchte man ja mindestens vier Hände. Ist hier also nicht so. Man hat ja bei Pulsar dieses Einstellmenü drin, mit diesem doppelreihigen Fadenkreuz. Das ist so grün markiert. Ein Positionierungskreuz, natürlich hat das kein Fadenkreuz. Ein Positionierungskreuz, das erinnert an ein Fadenkreuz, aber ein Positionierungskreuz, hast du natürlich recht. Das blende ich ein, setze das Ganze vor mein Zielfernrohr, egal ob jetzt mit Picatinny oder mit Klemmhülse, mit Multi-Adapter. Und wenn ich hier, ihr seht das ja, wenn ich hier ganz leicht Zug drauf bringe, dann sackt mir mein Gerät nicht mehr ab. Das hält schon an sich. Ich kann das jetzt aber mit der Hand runterrücken. Zack, jetzt hätte ich Kontakt. Ja. Oder jetzt wird es komplett oben stehen. Das reicht mir schon. Okay. So setze ich das Ganze auf. Ich kann es mal aus Spaß einfach. Ja, mach mal. Ich hole mal ein Stück an. Genau. Ich kipp's mal auf. Ja, genau. Schließe unsere Schnellspannung. Das Ganze ist aufgesetzt. Und jetzt kann ich quasi hier, man sieht es glaube ich ganz gut, mit der Ausrichtung beginnen. In jede Richtung. Ich kann das Ganze auch drehen, bis mein Müllchen perfekt zentriert ist. Ja, mega. Und dann schließe ich mit Drehmoment kreuzweise die Schrauben. Das war's. Ja. Wir haben also in der Montageeinleitung Drehmoment angegeben. Wichtig ist halt ein Drehmomentschlüssel. Zum einen, dass dem Gewinde vom Vorsatzgerät nichts passiert. Zum anderen aber auch, dass die Schrauben nicht ausreißen. Die haben natürlich auch irgendwo dann mal ihr Ende. Und dann kann ich das Ganze sauber einstellen. Wenn ich das Ganze kreuzweise mache, man sieht dann schon, wie die Linien noch ein bisschen wandern, weil die Kugel unterschiedlich Druck gibt. Weil wenn ich das fein und kreuzweise mache, zwischendrin nochmal durchschaue, habe ich in der Regel auch jemand, der nicht geübt ist. In fünf Minuten ist das Ding positioniert und hält und funktioniert. Ja, genau. Mit dem Prototyp bin ich jetzt auch wirklich schon länger draußen unterwegs und habe schon etliche Schweine geschossen. Funktioniert sehr gut. Also, das finde ich halt cool bei euch. Ihr testet die Dinger selber. Ja. Und wenn ihr merkt oder jemand anders merkt, irgendwo hakt es oder auch, es muss gar nicht haken, es gibt nur irgendwas zu verbessern, dann heißt immer, Henrik, wir haben dir gerade was geschickt, aber es gibt schon wieder was Neues. Ist jetzt noch besser. Und das finde ich halt cool. Also, das ist nicht irgendwie, dass man dann ein Produkt kriegt und dann kümmert sich der Hersteller nicht mehr drum und das zeichnet euch ja wirklich aus. Das ist auch so ein bisschen unser Spirit. Das ist so der eigene Antrieb, um da immer das Beste zu haben oder weiterzuentwickeln. Das macht uns eine riesen Freude und ich denke, die Produkte, die draußen am Markt sind, jetzt auch gerade der Multi-Adapter von uns, der performt einfach. Das funktioniert. Wir haben so viel positives Kundenfeedback. Das macht Spaß. Und genauso machen wir das natürlich dann auch mit solchen Montagen, wenn es irgendwie weitergeht. Also, was ich auch jetzt gerade wieder sehe, ist, ganz viele Adapter haben dann so Lösungen mit so Mini-Mini-Imbus, die schon mal gar nicht mehr im normalen Imbus-Set mit drin sind. Und das gibt es bei euch halt auch wieder nicht. Also, genau wie bei Klemmhülse und Bayonetta. Es ist ein Minimum an notwendigen, beweglichen Teilen und die kann ich mit üblichem Werkzeug in der soliden Fertigungsstärke hier, kann ich das bearbeiten. Finde ich halt einfach wieder echt cool. Ich bin richtig gespannt auf das Teil. Ich habe da so lange drauf gewartet für meine heiß geliebte Scout-Büchse hier. Oder für das AR. Es ist halt, ja, ich weiß, alle sagen, es funktioniert auch anders, aber es ist einfach die konsequente Lösung, dass wenn man eine lange Schiene hat, dass auch die lange Schiene drauf packt. Es ist vor allem massiv gefertigt. Wenn du schaust, der Axialstop, der unten drin ist, der ist eingefräst, der ist nicht zum Einsetzen. Der Schnellspannhebel, der ist so groß gefertigt, dass ich das also auch im Winter mit Handschuhen bedienen kann. Das Ganze ist redundant, dass es sich nicht von alleine öffnen kann. Es ist also nochmal ein Sperrknopf mit dran. Das heißt, egal was ihr treibt, wenn ihr unterwegs seid, dynamisch am Pierchen oder sonst was, ihr könnt es nicht verlieren, es kann sich nicht von alleine öffnen. Du hast ja über das Screen Positioning schon gesprochen und auch warum das, was man aufs Gewindeschraub geschlitzt ist, damit das arbeiten kann. Gibt es von eurer Seite irgendeine Empfehlung, wie dieser Schlitz ausgerichtet sein soll, wenn man das montiert? Oder spielt das überhaupt irgendeine Rolle? Weil das ist ja jetzt ein Thema für beides. Also für sowohl als auch. Also der Schlitz von dieser Gewindekugel, ich darf es ja gerade mal abnehmen, sorry. Ja, ich bin schon wieder her. Der sollte irgendwo entweder links oder rechts an der Brücke sollte die Öffnung sein. Also Schlitz auf Schlitz quasi. Schlitz auf Schlitz, dass ich das optimal anschmiegen kann und wir dann nicht nochmal irgendeine, wie soll ich das sagen jetzt, irgendeine Art Bremse drin haben, die sich beim ersten Schuss dann setzt und dann schlupft er zusammen und dann stimmt das Ganze nicht mehr und rutscht nach. Wenn er das so macht, dann haben wir eigentlich dann eine sehr gute Ausrichtung. Ich halte es nochmal in die Kamera, diesen Schlitz. Man sieht jetzt, da ist es durchgängig auf der anderen Seite nicht. Ob das dann links oder rechts ist, spielt eigentlich keine Rolle. Ja, mega. Ja, cool. Das ist ja super. Da bin ich also jetzt sehr gespannt. Also ich habe tatsächlich den Ball mit dem Screen Positioning aufgenommen. Ist ja auch eine Geschichte, über die sich gerade viele Nutzer von Pulsar so ein bisschen geärgert haben, wenn man dann das so völlig aus dem Kurs hat und so. Ja. Also optisch aus dem Kurs hat. Wobei das natürlich erst bei den ganz kleinen Vergrößerungen auch fiel. Ja. Ja, jetzt bin ich wirklich gespannt, das zu sehen. Testen, 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 rausgehen. Testen. Ja, es wird passieren. Es wird passieren. Glücklicherweise hier oben in Nordfriesland dürfen wir jetzt auch auf das Raubwild damit die Jagd ausüben. Das heißt, die Testmöglichkeiten haben sich dramatisch gesteigert. So. Genau. Und bei so kleinen Zielen ist es ja umso wichtiger, dass sich der Treffpunkt nicht so sehr verlagert. Ich werde dir also berichten. Also das sieht sehr vielversprechend aus und auf das Ding bin ich auch neugierig. Bietet ihr das jetzt nur für Pulsar oder für alle Geräte mit dem Screen Positioning? Es geht für Pulsar. Das ist natürlich ein bisschen geschuldet dem Gewindedurchmesser vom Vorsatzgerät. Sonst wird das Bauteil irgendwann zu groß. Pulsar hat ja ein M35x1 Gewinde als Stammgewinde hinten am Gerät. Es geht auch für Nighthawk mit einem M335x075 Gewinde. Auch dafür haben wir schon die passende Gewindekugel. Also das ist auch kein Thema. Es geht für beide Hersteller oder alle, die ein M335er Gewinde führen. Guide wäre auch noch dabei. Bei größeren Gewinden müssen wir schauen, ob und wie sich das Ganze in der Praxis umsetzen lässt. Denn wenn das Gewinde immer größer wird, dann müssen wir schauen, wie groß wird im Gesamten irgendwann mal dieser Duo-Verbinder von uns, weil ich dann massiv aufbauen muss. Ja. Es fällt dir bei den kleinen Gewinden, also das ist halt dann irgendwie Physik und Optik, fällt es halt auch einfacher ins Sichtfeld. Wenn ich eh ein großes Gewinde habe und dadurch ein großes Bild sehe, habe ich zwar immer noch keine unbedingte Übereinstimmung zwangsweit. Aber es ist nicht mehr so markant, würde ich jetzt mal sagen. Richtig. Es springt dir nicht mehr ins Gesicht, wenn du da durchguckst. Genau. Super. Pascal, vielen herzlichen Dank für diese Vorstellung von den Geräten. Ich bin sehr, sehr neugierig. Ihr werdet das in Folgevideos mit Sicherheit im Einsatz sehen und Berichte darüber sehen. Und damit bedanke ich mich bei dir für die Zeit, für das Material. Ich danke. Für die Erklärung. Und vielen herzlichen Dank bei euch, dass ihr geschaut habt. Wenn euch das gefallen hat, sehr, sehr gerne, wie immer. Ihr kennt das schon. Daumen hoch, Abo, Kommentare. Und dann bin ich glücklich und kann weiterhin unabhängig für euch Material testen. Ich hoffe, wir sehen uns hier auf diesem Kanal bald wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Heudo und Ciao. Ciao.